Ich freue mich sehr hier zu sein und ich freue mich schon jetzt auf den Zeitgeschichtetag im nächsten Jahr, der ja in Innsbruck stattfinden wird. Also die österreichischen Zeithistorikerinnen warten schon gebannt auf eure Ausschreibung und was euch da Tolles einfallen wird. Worum es in der nächsten Stunde gehen soll, es geht um die Frage, österreichisches Gedächtnis jetzt einmal unter Anführungszeichen. Und Sie haben hier ja unter dem Titel dieser Lehrveranstaltung 100 Jahre Republik Österreich, zwei Demokratien, zwei Diktaturen, die erste Republik, Tollfurt-Schussnick-Regime, drittes Reich, zweite Republik. Ich werde mich auf die letzten zwei Aspekte konzentrieren, also das dritte Reich und sein Nachhall in der zweiten Republik. Sie wissen auch im Haus der Geschichte ist das ein großes Thema, darauf werden wir auch eingehen. Und das beginnt schon mit der Diskussion, mit der Entstehung des Konzepts Gedächtnis insgesamt. Und ich nehme an, dass ich Ihnen hier nicht viel Neues erzähle, aber ich habe mir gedacht, es macht Sinn, einmal ein Beginn, einige Begriffe zu klären, mit denen wir operieren. Und im Grunde genommen geht es um die Begrifflichkeiten Gedächtnis, Österreich, Europa. Also das einmal zu einem ersten einführenden theoretisch-methodischen Rahmen. Ich habe Ihnen hier ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen Teil unseres Bücherregals in der Bibliothek zum Thema Gedächtnis fotografiert. Und Sie sehen hier die klassischen Studien, die beginnen mit Pianora, Le Lieu des Memoirs, auch dieser Name wird Ihnen etwas sagen. Und alle diese Nachfolgestudien, die deutschen Erinnerungsorte. Es gibt einen österreichischen, ebenfalls dreibändigen Memoria Austria Projekt. Es gibt die Erinnerungsorte der DDR, die Erinnerungsorte des Christentums. Also es gibt praktisch nichts, was nicht gedächtnisfähig wäre, wenn man das so sagen kann. Interessanterweise, wenn Sie dieses Buchregal sehen und sich gleich zehn weitere Laufmeter wahrscheinlich vorstellen, die man dazu aufstellen könnte. Interessanterweise haben wir es aber mit einem Konzept zu tun, das relativ jung ist. Das erste Mal, dass der Begriff Gedächtnis in dem Sinn auftaucht, wie wir ihn heute verwenden, in der Wissenschaft, aber auch wie es sich langsam in den öffentlichen Diskurs gewissermaßen eingebettet hat, lässt sich ganz präzise definieren. Und das ist in der Wissenschaft ja selten der Fall, dass man ein Paradigma so nachvollziehen kann. Und das ist im Jahr 1988 mit dem Sammelband, dem Surkamm Verlag, den Jan Aßmann gemeinsam mit Tonja Hölscher herausgegeben hat. Sie sehen hier das Zitat, Kultur und Gedächtnis. Und das sind dann auch schon die Leitbegriffe. Wovon reden wir, wenn wir in dem Sinn von Gedächtnis sprechen? Jan Aßmann und Aleida Aßmann, interessanterweise keine Historiker, sondern ein Ägyptologe und ein Erklistin, haben dieses Konzept für die deutschsprachige Wissenschaft gewissermaßen erfunden. Ich kann jetzt darauf nicht eingehen, aber es ist ja sehr interessant zu verfolgen, welche Resonanz dieses Konzept zum Beispiel in den angloamerikanischen Geistes-Sozialkulturwissenschaften, in den Humanities hatte, wo das sehr, sehr viel länger gedauert hat, bis man hier Gedächtnis als quasi neue Kategorie aufgegriffen hat. Also hier ließe sich ganz interessante Semantik und das Wandern von Konzepten verfolgen. Im deutschsprachigen Raum hat Gedächtnis unglaublich eingeschlagen. Pierre Noirat spricht etwa von einem unglaublichen Gedächtnisboom, von einer Obsession für dieses Thema im Jahr 2000 und wie gesagt zwölf Jahre zuvor taucht dieser Begriff erstmals auf. Worum geht es? Nur ganz kurz. Es geht ihm darum, dass Assmann das bekannte Konzept von Maurice Halbergs aufgreift, der in der Zwischenkriegszeit, das zentrale Werk ist 1925 erschienen, von einem kollektiven Gedächtnis gesprochen hat. Also seine These war, dass sich Menschen nur im Rahmen, er spricht auch von den Cadres Socios, von den sozialen Rahmungen des Gedächtnisses, nur im Rahmen der Kommunikation mit anderen ihr Gedächtnis formen können. Erst wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten sie gewissermaßen kein Gedächtnis, das ich ausdrücke, das ich artikuliere, ließe. Nun trifft Assmann eine Entscheidung in diesem kollektiven Gedächtnis als Überbegriff zwischen einem kommunikativen Gedächtnis und einem kulturellen Gedächtnis. Das hat auch den Vorteil, wie wir noch sehen werden, dass wir mit dieser Definition von kulturellem Gedächtnis jetzt plötzlich in den Kulturwissenschaften, in den Geisteswissenschaften Dinge zusammenbringen können, die vorher nie zusammengegangen werden. Zum Beispiel, wie das Pianora gemacht hat, Notre Dame mit dem Corson, oder den Eiffelturm mit der Radtour durch Frankreich, mit der Tour de France, oder mit einem Lexikon. Man würde sich fragen, bevor man das Konzept der Gedächtnisorte kennt, was hat das alles miteinander zu tun. Und die Grundidee, und das ist auch die Grundidee von Assmann, ist, dass das gewissermaßen Denkmuster, dass das Vorstellungswelten, dass das Objekte sind, die mit der Identität einer Nation, meistens geht es um die Nation, aber auch von anderen Gruppen, auch von Ländern, und wir wissen ja, wie stark die Tiroler Landesidentität im Vergleich zu anderen Identitäten ist, in Österreich, da kennt man ja die Untersuchungen. Und heute mein erster Eindruck von Innsbruck war, dass das Baby beim Aussteigen den Tiroler Adler auf der Mütze hatte. Und Sie werden auch sehen, im Haus der Geschichte gibt es auch eine eigene Abteilung, wo der Tiroler Adler auch sehr prominent ist. Also, wie hängen gewisse Vorstellungen mit der Identität einer Nation oder eines Landes und so weiter zusammen? Zur Begriffsdefinition will ich nicht viel sagen, also es geht darum, dass es sich um Fixpunkte handelt, darin unterscheidet sich das Alltagssprechen über Vergangenheit, das können Ereignisse sein, und sie müssen kulturell geformt sein. Also Denkmäler sind gewissermaßen die Klassiker, oder auch klassische Texte, das österreichische Wörterbuch wird zum Beispiel so etwas, Riten wie, sagen wir mal, die von Leichnamsprozession oder die 1. Mai-Aufmärsche, und eben eine institutionalisierte Kommunikation. Es gibt quasi Experten, die das organisieren. Man könnte als Beispiel auch den österreichischen Zeitgeschichtetag als so etwas nennen, kommt immer wieder vor, ist ritualisiert, hat Expertinnen und Experten, hat bestimmte Formen. Also zukünftige Historikerinnen werden das als einen Gedächtnisort der Zeitgeschichte sehen. Aber die ganz spannende, das Spannende an dieser Definition von Aswan, und eigentlich auch das, was den Begriff so schlagkräftig gemacht hat, ist seine Definition von Gedächtnis als Wissen. Und Wissen ist ja in den Kulturwissenschaften so etwas wie die Zentralkategorie. Nämlich, wenn ich sage, ganz banal, was wissen wir über unsere Gegenwart, über unsere Vergangenheit, über unser Land, über unsere Stadt, dann stellt sich ja sofort die ganz zentrale Frage, und woher haben wir dieses Wissen? Und das ist genau die Grundidee bei Aswan. Er stellt die Frage, wie gibt eine Gesellschaft über Generationen Wissen weiter? Und für ihn ist natürlich das ganz schlagende Beispiel, sind natürlich die Religionen, denen es gelingt, über tausend Jahre und länger dieses Wissen weiterzugeben. Und, zweite Definition, oder ergänzende Definition, es ist ein kollektiv geteiltes Wissen. Also, welche Bilder haben wir unter Anführungszeichen im Kopf, und woher kommen diese Bilder? Und wie verändern sie sich? Also, das könnte man als die Grundfragen jedes Konzept, das mit dem Begriff Gedächtnis operiert. Und, wie gesagt, der Zusammenhang zwischen Gedächtnis und Identität, also hier in der Definition, ein Wissen, auf das eine Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit und Eigenart stützt. Also, wir Tiroler, wir Wiener, wir Niederösterreicher, oder wir Innsbrucker und so weiter oder so fort. Da können sie dann alles einsetzen, oder wir Fans einer Fußballmannschaft. Gut, das ist einmal die Frage des Gedächtnisses. Und dann stellt sich die Frage, was heißt ein österreichisches Gedächtnis? Und von Beginn an, und das ist schon sehr interessant, ist dieser Begriff mit der Frage des Umgangs mit der NS-Vergangenheit in Verbindung gestanden. Das erste wissenschaftliche Buch, das den Begriff Gedächtnis im Titel geführt hat, war, Sie sehen es hier als Zitat von Waldrat Kanon, Herr Finster und Meinrad Ziegler, österreichisches Gedächtnis. Und wenn Sie den Untertitel sehen, über Erinnern und Vergessen der NS-Vergangenheit. Und Ziegler und Kanonier, zwei Politikwissenschaftler, nein, Soziologen, glaube ich, zwei Soziologen, sorry, aber das ist ja, naja, haben auch in die Definition von österreichischem Gedächtnis das genauso definiert. Die spezifisch österreichische Kultur des Erinnerns und Vergessen der NS-Vergangenheit. Wobei wir heute natürlich sagen werden, der Begriff ist hier natürlich fokussiert, aber es ist natürlich sehr viel weiter. Können wir uns streiten, worauf sich das bezieht? Zum Beispiel gab es immer im Haus der Geschichte die große Debatte, wo beginnt zum Beispiel die österreichische Geschichte? Das ist ja eine Debatte, die auch noch gar nicht abgeschlossen ist. Und die nächste Frage, die aber erst Jahre später gestellt wurde, darauf werde ich noch eingehen, also die erste Auseinandersetzung mit dem Konzeptgedächtnis fällt in Österreich natürlich genau in die Phase, wo es den heißen Kampf um das Geschichtsbild gibt. Sprich die Wahlkampfdebatte 86 und zwei Jahre später das Gedenkjahr 1988. Und wenn ich mir das Auditorium so ansehe, dann gibt es viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der Wahlkampfdebatte und es gibt viele junge Leute, für die das schon kalte Geschichte ist, wie wir das oft von Lehrerinnen und Lehrern hören, die sagen, naja, die machen ein Referat über die Wahlkampfdebatte wie über den 30-jährigen Krieg. Also wir sehen schon, wie unterschiedliche Generationserfahrungen sein können. Aber das Interessante ist, dass diese wirklich unglaublich emotionale, konfliktreiche Ausverhandlung um das österreichische Gedächtnis erst Jahre später als quasi Teil eines europäischen Prozesses gesehen wurde. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass der erste Historiker, der hier auf ganz Europa geblickt hat, ein Historiker an der New York University war, Tony Chatt, der eben aus dieser atlantischen Perspektive die Frage gestellt hat, wie verändert sich das europäische Gedächtnis? Er geht auf Österreich ein und sagt natürlich, darüber können wir uns, werden wir uns Gedanken machen, was ist das Besondere an der österreichischen Situation? Aber er stellt die österreichische Situation auch in den Rahmen dessen, und diesen Begriff hat er geprägt, und er ist auch sehr wirkungsmächtig geworden, des Zerfalls der europäischen Nachkriegsmüten. Also seine These ist, und er hat das in seinem berühmten Buch Post-War, das auch in Deutschland erschienen ist, kurz nach 2005, ausgeführt, auch in einigen anderen Artikeln, erstmals 1993, also wir sehen, 88 Gedächtnis, 93 im selben Jahr als österreichisches Gedächtnis jetzt erscheint, und das ganz präzise auf den Nationalsozialismus fokussiert, stellt sich Doni Tschad die Frage, wie ist das eigentlich in ganz Europa zu sehen? Und seine These ist, dass es eigentlich ein Synchroner-Prozess ist, dass Österreich zwar ein Sonderbeispiel ist, weil Österreich ja nicht ein besetztes Land war, sondern ein genuiner Teil des Deutschen Reiches, nach dem März 1938, aber, dass man ähnliche Prozesse, ähnliche Argumentationsmuster in ganz Europa, auch in den besetzten Ländern beobachten kann. Er sagt nur, ganz zu Recht würde ich sagen, wenn die Weltöffentlichkeit schon akzeptiert hat, dass Österreich ein Opfer des Nationalsozialismus ist, dann haben natürlich alle anderen Länder das bessere Argumente, von sich dasselbe zu behaupten, und sich nicht mit ihrer Verstrickung in den NS-Herrschaftsapparat auseinanderzusetzen. Also was sind dann die Argumente dieses quasi europäischen Nachkriegsmythos? Doni Tschad nennt vor allem drei, das eigene Volk, unter Anführungszeichen, ist das unschuldige Opfer einer militärischen Aggression, also einer Okkupation von außen, und vor allem hat mit diesen Okkupanten de facto nichts zu tun. Was das Volk definiert, ist der nationale Widerstand, das Helden-Epos gewissermaßen des Widerstandes, und wenn es um Fragen an Schuld und Mitverantwortung geht, dann werden diese auf Deutschland, das heißt natürlich die Bundesrepublik Deutschland, projiziert und adressiert. Sie wissen natürlich, die DDR hat sich als antifaschistischer Staat verstanden und insofern auch jede Verantwortung abgelegt. Das ist jetzt alles sehr trocken, es wird noch unterhaltsamer, wollte ich nur sagen, mit vielen, vielen an einem Beispiel. Aber soviel zur Einführung, dass wir auch den Rahmen sehen. Wie schaut das jetzt in Österreich konkret aus? Also ich möchte das in drei, ich möchte meinen Vortrag in drei Abschnitte teilen, den ersten Hansel schon hinter sich, das sind gewissermaßen die Begrifflichkeiten, mit denen wir hier operieren, und auch die, was ich versucht habe, ist zu sagen, es ist nicht, als Erklärungsmodell ist es nicht ausreichend, nur auf Österreich zu schauen. Man muss die österreichische Entwicklung in einem gesamteuropäischen, beziehungsweise in einem internationalen Kontext sehen, das wäre mal die erste These. Wie ist nun quasi das Fallbeispiel Österreich in der Konstruktion und im Zerbrechen der europäischen Nachkriegsmücken? Da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues, Sie kennen diesen Text wahrscheinlich, die Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945. Die provisorische österreichische Regierung erklärt die Annullierung des Anschlusses, deswegen auch Unabhängigkeitserklärung, und erklärt die Demokratische Republik Österreich als wiederhergestellt. Im Geist der Verfassung von 1920, wir wissen, es war dann nicht die Verfassung von 1920, sondern von 1928, und den Anschluss für null und wichtig. Und was hier noch ganz wichtig ist und einen großen Teil einnimmt, also die zwei, die Gesetzesgruße, also quasi das, was das Gesetz ausmacht, diese Unabhängigkeitserklärung, ist relativ kurz, aber viel, viel länger ist die sogenannte Präambel, in der nun auf die Moskau-Deklaration des Jahres 1943 zurückgegriffen wird und unter wörtlicher Bezugnahme eben die berühmte Definition fällt, dass Österreich, wie gesagt, mit Zitat aus der Moskau-Deklaration, das erste freie Land war, das der hitlerischen Aggression zum Opfer gefallen ist und dass der Anschluss eine militärische Okkupation war, die dem hilflos gewordenen Volk Österreichs aufgezwungen wurde. Diese Formulierung, könnte man sagen, hat eigentlich jahrzehntelang kaum Anstoß erregt, sie war auch, aber darauf kann man wenig eingehen, jahrzehntelang auch, quasi eher ein totes Wissen, also man hat sie nicht so wirklich, also es hat keine große Rolle gespielt. Erst in der Waldheim-Debatte wurde diese gewissermaßen Staatsdruck drin, des Jahres 1945, dann wirklich explizit in Frage gestellt. Die Frage, wie hat das Geschichtsbild unter dem Vorzeichen dieser Opferthese ausgesehen, möchte ich Ihnen jetzt ein paar Beispielen zeigen. Das erste Beispiel, ich denke, einige von Ihnen kennen es, weil Sie einmal die Gedenkstätte in Auschwitz-Birkenau besucht haben, oder zumindest darüber gelesen haben, das ist die berühmte Eingangssequenz in die österreichische Gedenkstätte in Auschwitz-Birkenau. Es gibt in dieser Gedenkstätte eine Haupt- Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon dort war, gibt es einige von Ihnen, die das kennen. Es gibt eine Hauptausstellung und es gibt Länderpavillons, unter Anführungszeichen, also Baracken im Stammlager, in denen verschiedene Länder ihre Ausstellungen über ihre eigene Leidensgeschichte haben. Und Österreich konnte 1978 dort eine Ausstellung eröffnen. Übrigens im selben Jahr hat das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes seine erste Ausstellung eröffnet. Also wenn Sie denken, erst 1978 kommt es gewissermaßen zu den ersten Historisierungen des Nationalsozialismus auf der Ebene von Museen und Ausstellungen. Und Sie sehen hier natürlich das Motto dieser Ausstellung, 1. März 1938, Österreich, erstes Opfer des Nationalsozialismus. Da sieht man schon, wie wichtig diese Formel war. Natürlich war sie auch staatsrechtlich wichtig, denn sie ist natürlich den Verhandlungen um den Staatsvertrag ganz zentral zugrunde gelegen. Und interessanterweise ist das sicher die beste Visualisierung der Opferthese, die man auf der Bildebene kennt. Aber interessanterweise hat sie in Österreich keiner gekannt, denn vor dem Fall des Eisernen Vorhangs war ja Auschwitz quasi kaum besuchbar. Also es ist kein Zufall, dass, jetzt sage ich mal, die Opferthese ein grundlegendes Visualisierungsproblem hatte, weil es natürlich die vielen Bilder von den Juve-Szenen gegeben hat. Und die waren natürlich noch in den Köpfen der Menschen. 2013 wurde diese Ausstellung dann endgültig geschlossen und Sie können die Vanille dieses Eingangs, des Riesengrosses, können Sie heute in der Ausstellung des Haus aus der Geschichte sehen. Das ist so ineinander gestellt. Einige weitere Beispiele. Es gab im Jahr 1946, also in der kurzen Phase eines antifaschistischen Grundkonsenses in Österreich, eine Ausstellung in Wiener Künstlerhaus mit dem Titel Niemals Vergessen, schon interessant, 1946, dass man zu Niemals Vergessen aufruft, ein Jahr nach Kriegsende. Also der Versuch, so etwas wie eine Unerziehungsausstellung zu gestalten, Übrigens haben registrierte Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen sich in dieser Ausstellung einen Stempel abholen können, um so quasi ihren guten Willen zu zeigen, dass sie sich darüber aufklären wollen. Und hier sehen Sie natürlich die Opferthese in ihrer Fassung des Jahres 1945. Wer ist schuld? der deutsche Militarismus, das haben wir auch vorgesehen, wenn Sie sich das anschauen, die preußischen Stiefel zertrampeln gewissermaßen in Österreich. Übrigens ist der 1. April 2000 ja genau in diesem Muster das unschuldige Österreich, das eben von den brutalen Okkupatoren vernichtet wird. Und ich zeige Ihnen das Bild auch deswegen, weil Sie eine interessante Deutung der Zerstörung der Stephansdom sehen, nämlich wer ist schuld? Schuld ist der Nationalsozialismus. Also Faschismus ist Tod, Faschismus ist Krieg und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das war in einer relativ kurzen Phase nach Kriegsende und das hat sich mit dem Kalten Krieg dann relativ rasch geändert. Also diese antifaschistische Opferthese, auch die Würdigung des Widerstandes, das war eine sehr, sehr kurze Phase. Und wenn Sie sich etwa anschauen, die Widerstandsdenkmäler in Österreich, dann gibt es Initiativen fast in allen Landeshauptstädten, auch in Wien, die 45, 46 gewissermaßen engagiert betrieben werden und die 48 abbrechen. Also dann gilt unter dem Vorzeichen des Kalten Krieges Widerstand als kommunistisch. Und es ist kaum noch möglich, Widerstandsdenkmäler durchzuführen. Tirol ist ja ein bisschen anders, denn hier gibt es doch auch diesen patriotischen Widerstands, den katholisch-patriotischen Würdigung des Widerstands. Das ist ein weiteres Beispiel, Sie werden sich natürlich fragen, wie hat zum Beispiel das Dokumentationsarchiv 1978 den Anschluss ausgestellt, indem man ihn unter dem Vorzeichen der Opferthese zeigen wollte. Und dann, Sie haben in dieser alten Ausstellung, die 2005 abgebaut wurde, genau Szenen wie diese gesehen. Also das ist in einem sehr, sehr weit verbreiteten Buch, das übrigens in Innsbruck verlegt wurde, im Wingo im Verlag, und das sieben Auflagen erlebt hat, waren das die einzigen zwei Seiten über den Anschluss. Und wenn Sie sich das anschauen, Panzer auf der Ringstraße, Panzerwagen über die Queren, die Grenze, berittene Polizei und so weiter, dann könnte man mit Fug und Recht sagen, das war wirklich eine militärische Okkupation. Also andere Fotos waren in diesem Buch nicht vertreten. Und auch im Dokumentationsarchiv haben Sie kein einziges Foto von Heldenplatz gefunden, in der alten Ausstellung, 1978 eröffnet. Und ein weiteres Beispiel, dass eigentlich ein Hinweis darauf ist, wie sich, also wenn ich hier von der Opferthese spreche, dann hat sich das natürlich sehr stark verändert. Ich kann darauf nicht eingehen. Aber im Grunde genommen, und das ist das Wichtigste, gab es eigentlich seit den 50er Jahren, in der Zeit des Kalten Krieges, nicht eine Opferthese, sondern zwei Opferthesen. Die eine Opferthese war die, die ich Ihnen jetzt präsentiert habe. Österreich erstes Opfer des Nationalsozialismus. Aber, ich habe es schon erwähnt, mit dem Kalten Krieg wurde diese Opferthese total ausgehöhlt. Was in weiten Teilen des öffentlichen Diskurses, vor allem außerhalb dieser schmalen Ebene von offizieller Politik, in der Außenpolitik, in den Staatsvertragsverhandlungen, wirkungsmächtig und vielfach wirkungsmächtiger als die offizielle Opferthese wurde, ist die These, dass die Österreicherinnen und Österreicher Opfer des Krieges gegen den Nationalsozialismus wurden. Und der brennende Stephansdom steht genau für dieses Bild, dass eigentlich gewissermaßen das katholische Österreich und Österreicher Satz, denn der Stephansdom steht ja auch für Österreich, nicht Opfer des Nationalsozialismus, sondern Opfer des Krieges gegen den Nationalsozialismus wurde. Und das hat natürlich auch den Rahmen des Sagbaren bestimmt. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Widerstandskämpfer gewissermaßen, ich sage es jetzt mal salopp, die Outlaws waren, auch nach 1945, dass der Kriegsdienst in der Wehrmacht gewissermaßen zum Normalfall des Verhaltens wurde. Und genau in dieser Phase entstehen in praktisch jeden Ort die Kriegerdenkmäler für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Meistens als Ergänzungen auf den Denkmälern des Ersten Weltkriegs, manchmal auch als eigenständige Denkmäler. Und das sieht man sehr deutlich, und das ist sehr interessant zu sagen, unmittelbar nach 1945 entstehen die Widerstandsdenkmäler. Kriegerdenkmäler entstehen erst Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Und am Beginn ist man dann noch ganz unsicher, wie man damit umgehen soll. Und in den 50er Jahren, als der Kameradschaftsbund wieder gewissermaßen zugelassen wird, 1952, haben wir schon den ganzen Diskurs Helden des Vaterlandes, Helden der Ehre, Helden der Treue. Also hier haben wir schon gewissermaßen den potenziellen Grundwiderspruch, der in dieser Phase schon da ist und der auch manchmal aufbricht. Also es gibt in den 60er Jahren einige ganz wilde Denkmalkonflikte, aber wer sind die Akteure? Also die Akteure sind die Kritiker des Widerstandsgedenkens, die sagen, das war Vaterlandsverrat, das waren Kameradenmörder, also man könnte sagen, der Wehrdienst war so etwas wie das Normalverhalten in der NS-Zeit. Aber alles mit diesen zwei gewissermaßen vollkommen unverbundenen Opferthesen nach außen und die These beziehungsweise These von Österreich als Opfern des Krieges entweder militärisch die Wehrmachtsoldaten oder die Zivilpersonen durch den Bombenkrieg durch die Vergewaltigung und durch die Rote Armee und so weiter und so fort. Wir haben hier also zwei ganz unterschiedliche Geschichtsbilder und man könnte annehmen, dass das in anderen Ländern wahrscheinlich etwas nicht unendlich war. Was beginnt in den 80er Jahren? Wie gesagt, auch hier zeigt sich und das ist das Interessante an dem Aufsatz und dem Zugang von Tunisjad, dass man sehen kann, dass nicht nur in Österreich 1986 das Geschichtsbild der Opferthesen in der Waldheim-Debatte in Frage gestellt wird, sondern dass Ähnliches in fast allen europäischen Ländern so wie ein Dominostein passiert und nach 1989 auch in etlichen Ländern des ehemaligen Ostblocks, also nach dem Fall des Eisenen Vorhangs und dem Zerfall der kommunistischen Staatenwelt. Und interessanterweise, wenn Sie etwa an Deutschland denken, an den Historikerstreit, damals noch Bundesrepublik DDR, 86, also 86 Historikerstreit in Deutschland, 86 Wahltermdebatte in Österreich, 87 erscheint in Frankreich, ein Milestone, könnte man sagen, nämlich das Buch von Henri Rousseau, einem Historiker, über das Vichy-Syndrom, in dem er die Kollaboration von Teilen Frankreichs thematisiert. Und in allen diesen Fällen lassen sich also nicht nur die Konstruktion der europäischen Nachkriegsmythen hat ein gemeinsames Muster, wie es Doni Tschad als erster beobachtet hat, auch ihr Zerfall hat ein gemeinsames Muster. Der erste Punkt ist, es beginnt eigentlich immer dort, wo die Widersprüche zwischen offiziellem Gedächtnis und zwischen quasi Gegengedächtnissen, die subkutan in der Gesellschaft kommuniziert werden, am größten ist. In Österreich klassisch Widerstandsgedenken, Kriegerdenkmalgedenken. Ich stehe es jetzt mal so gegeneinander. Was hier in oder in Deutschland die Frage, wie beurteilt man das Jahr 1945? Ist das Befreiung? Ist das Besetzung? Wie beurteilt man die quasi Verbrechen der Roten Armee? Gegenteile der Zivilbevölkerung? Das war das Thema des Historikerstreits. In Frankreich, wie ergeht man mit dem Mythos der Resistanz um? In allen diesen Gesellschaften geht es um den Switch, könnte man sagen, von der Externalisierung des Nationalsozialismus aus der eigenen Geschichte zur Internalisierung. Also, dass diese Geschichte überhaupt einmal Bezugspunkt wird. Und die Jüngeren unter uns können es sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass in den Schulbüchern der 60er, 70er Jahre bis Mitte der 80er Jahre der Nationalsozialismus kein Teil der österreichischen Geschichte war. Also, die Östinike zurecht. Buchstäblich hat die österreichische Geschichte am 13. März 1938 aufgehört und am 27. April 1945 wieder begonnen. Und dazwischen, die Kapitel dazwischen, haben Nationalsozialismus geheißen, haben Zweiter Weltkrieg geheißen. Also, hier gab es einfach, könnte man sagen, das hat nicht zur österreichischen Geschichte gehört. Also, Externalisierung, Ausblendung aus dem eigenen Geschichtszusammenhang, der Switch von der Nation, vom Staat zur Gesellschaft, auch das ist eine ganz zentrale eine zentral beobachtete Logik dieses Zerbrechens der Nachkriegsmücken. Denn, und da folge ich jetzt auch Gerhard Motz, der hier auch schon referiert hat, denn diese Opferthese, von der wir sprechen, hat auf einer Ebene durchaus noch ihre Gültigkeit. Und das ist auf der Ebene der Zerschlagung des Staates. Die österreichischen Ständestadt- Diktaturpolitiker haben nicht freiwillig gewissermaßen die Klinke aus der Hand. gegeben, sondern wurden massiv erpresst, damit sie eben, also auch von den österreichischen Nationalsozialisten, damit sie eine Machtübernahme ermöglichen. Aber wenn man, also hier stinkt es natürlich auf der Ebene des Staates, aber wenn wir in die Gesellschaft schauen und keine Regierungsform kann ohne gesellschaftliches Commitment existieren gewissermaßen, dann ist es natürlich auf allen Ebenen eine Verstrickung auf institutioneller Ebene, auf personeller Ebene in das NS-Herrschaftssystem. Und genau das haben wir in den vielen, vielen historischen Arbeiten der letzten Jahre gesehen, also wahrscheinlich auch auf der Uni Innsbruck, also gerade Universitäten haben sich mit ihrer Geschichte im Nationalsozialismus auseinandergesetzt, Krankenhäuser in ihrer Verstrickung, in ihrer Verstrickung in Euthanasie-Programme, Firmen, und die Zwangsarbeiter beschäftigt haben, also hier hat dieser Perspektivenwechsel vom Staat auf die Gesellschaft eine ganz andere Frage und eine ganz andere gewissermaßen Wahrnehmung von Beteiligung am NS-Herrschaftssystem ermöglicht. Und auch das ein internationaler europäischer und darüber hinaus trennt, von den Helden, von den heroischen Widerstands-Narrativen hin zu den Erfahrungen der Opfer. Also diese drei Prozesse sieht man in allen diesen Einzelfällen der europäischen Nationen, wenn es um die Frage des Zerfalls der eigenen Opfererzählungen in den 80er Jahren geht. Und alles das, wie gesagt, beginnt in den 80er Jahren. Wir könnten uns die Frage stellen, warum in den 80er Jahren eines, sicher nicht das einzige Erklärungsmodell, aber ein ganz wichtiges, ist natürlich der Generationenwechsel. Das heißt, die Generationen, die nicht mehr direkt in den Nationalsozialismus oder auch indirekt verstrickt waren, also gerade zum Beispiel auch auf der Universität Lehrer-Schüler-Verhältnisse oder an den Krankenhäusern lässt sich das deutlich zeigen, dass hier noch sehr starke familiäre und institutionelle Verflechtungen mit der Tätergeneration gab. Das ist natürlich dann nicht mehr der Fall gewesen. Ich habe hier drei so schlagwortartig drei Begriffe, die in der Literatur immer wieder auftauchen, wenn es um die Definition dessen, wie dieses Gedächtnis jetzt zu bezeichnen wäre, geht. Reinhard Koselleck hat den Begriff des negativen Gedächtnisses geprägt, also die Erinnerung nicht nur an das, was uns angetan wurde im Sinne von Opfernarrativen, Opfermythen, sondern was wir als Gesellschaft den anderen angetan haben. Dan Diener hat das berühmte Wort auch im Jahr 1988 vom Zivilisationsbruch Auschwitz geprägt, das er herausgegeben hat, interessanterweise heißt nur der Titel Zivilisationsbruch, das Wort kommt im Buch gar nicht vor. Also offenkundig ist es ihm erst nach Abschluss der Beiträge eingefallen, aber zu Recht. Und Doni Tschat in dem erwähnten Buch schreibt davon, dass das heutige Europa, also auch die Europäische Union auf den Krematorien von Auschwitz erbaut wurde. In Österreich, wenn wir jetzt wieder zu Österreich zurückkommen, sind es zwei Marksteine, die noch immer definieren, die Veränderung der Opferthese oder auch ihre eigentlich Entlegitimierung oder ihre Außerkraftsetzung, Ausgangspunkt und Auslöser des Konfliktes um die Verurteilung der österreichischen Vergangenheit war bekanntlich und das haben Sie im vorigen Jahr sicher des Öfteren gehört, denn auch 1938 wurde ja intensiv behandelt, der berühmte Satz, ich habe im Krieg nichts anderes getan, als 100.000 andere Österreicher nämlich meine Pflicht als Soldat erfüllt. Und dieser Satz ist insofern interessant, als interessant ist die Resonanz auf diesen Satz. Der wurde natürlich als politische Waffe im Wahlkampf verwendet, aber dieser Satz hat auch eine explizite Gegenposition hervorgerufen im Jahr 1988. Im Jahr 1975 hat sich Friedrich Peter gegen die Berichte, dass er an einer SS-Einheit beteiligt gewesen sei und die Massenerchießungen verwickelt war, genau mit demselben Satz verteidigt. Und damals gab es eigentlich gar keine Resonanz, also keine negative Resonanz in dem Sinn. Also das Interessante und da gibt es noch viel zu tun für Historikerinnen und Historiker ihrer und der kommenden Generation und wie gesagt, da sind wir mit unseren Erklärungsmodellen auch sicher noch zu nah dran, wäre die Frage zu stellen, was ist eigentlich passiert in diesen zehn Jahren, von 1975 bis 1986. Und eines der ganz wesentlichen Dinge, aber auch das erklärt nicht alles, ist die Ausstrahlung von Holocaust 1978-79. Also die jetzt ein ganz neues Bild auch oder eine Einfühlung in die Opfer der rassistischen Verfolgung ermöglicht hat, die andere Formen der Aufklärung mit Schockbildern von Leichenberg und so weiter nicht ermöglicht haben. Aber ich denke, zukünftige Generationen werden hier noch viele, viele andere Aspekte sehen, die wir in unserer Generation gar nicht sehen können. Und wenn wir uns die Frage stellen, was ist heute der Stand der Dinge, dann ist es noch immer die Rede von Bundeskanzler Franz Franitzki von dem Nationalrat mit dem Zitat der Mitverantwortung. Also auf den Buch gebracht würde man sagen, durch die Wahlkundebatte und die folgende Auseinandersetzung um den Nationalsozialismus, die MS-Terrorherrschaft in der österreichischen Gesellschaft, wurde die Opferthese des Jahres 1945 durch die Mitverantwortungsthese oder das Bekenntnis zur Mitverantwortung abgelöst. Aber Sie sehen auch hier, wenn Sie sich den Satz genau anschauen, nicht österreicher Staat, sondern Bürger dieses Landes. Also es geht nicht um den Staat, sondern es geht um die Gesellschaft. Einige Beispiele, welche Bilder hier jetzt schlagend geworden sind und vielleicht können Sie sich überlegen, was Sie im Kopf haben, wenn Sie an 1938 denken und ich würde fast behaupten, heute hat fast niemand mehr die Bilder von den Tanks und von den Panzern auf der Ringstraße im Kopf, weil nach 1986 und vor allem Zeitung Gedenke 1988 die Bilderwelten, die visuellen Vorstellungen sich komplett geändert haben. Nach 1986, also nach der Debatte um die quasi den österreichischen Anteilbeitrag zur NS-Terrorherrschaft und die Beurteilung des Anschlusses mussten, und das ist jetzt ganz buchstäblich, alle Schulbücher neu geschrieben werden. Also erstmals wurde das Kapitel Nationalsozialismus in die Schulbücher integriert und die Untersuchungen, die das zeigen, auch auf der Bildebene und eines der Beispiele, also es gibt zwei, man könnte sagen, welche Bilder vom Anschluss, welche Visual Icons, welche Ikonen, wie es so schon heißt, prägen heute die Vorstellungen, wenn Sie zum Beispiel in die Ausstellung, in die Neue des Dokumentationsarchivs gehen, wenn Sie sich Bildgeschichten anschauen, wenn Sie die Zeitungen anschauen, dann sind es im Grunde genommen zwei Bildkategorien, das eine sind die Anschlusspogrome, also die Demütigungen der jüdischen Bevölkerung, vor allem in Wien, aber darüber hinaus, Sie sehen hier ein Bild aus einer Schulbroschüre für das Jahr 1988, die vom Bildungsministerium, herausgegeben wurde und die zweite quasi Antithese ist das Bild vom Heldenplatz. Also man könnte sagen, das negative Gedächtnis Österreichs, das Schuldgedächtnis drückt sich in diesen beiden Bildkategorien aus. Die massenhafte Zustimmung zum Anschluss, die sich in der Hitlerrede am Heldenplatz manifestiert, übrigens können Sie im Haus der Geschichte auf diesen Altan hinausschauen, Balkon sagt man, nicht mehr und eben die Bilder vom Anschlusspogrom. Und dieses Anschlusspogrom ist auch in der internationalen, würde ich sagen, auch in der Forschung zu etwas geworden, was eine ganz große Bedeutung gewonnen hat, denn die These, dass sich mit diesen spontanen Ausbrüchen von Terror auf den Straßen Wiens die Eskalation der Gewalt eine Stufe weiter geschraubt hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Und wie sehr sich diese Bilder der Schande, könnte man sagen, wie wichtig die geworden ist, zeigt etwa das Profilcover zum März 1938 im Gedenk 1988 und etliche von Ihnen kennen wahrscheinlich das Original dieses Bildes, wo eben dieser Junge das Wort Jud auf die Wand schreibt und Bilder dieser Anschlusspogrome gibt es und ähnlich viele und die wurden 1988 auch erstmals publiziert oder hier also quasi Vorspiel zum Holocaust auf den Straßen von Wien und Sie sehen hier auch den Elite-Text die Judenverfolgung in Wien und die Zustimmung die damit verbunden war die Spirale der hitlerischen Judenpolitik weitergedreht hatte einige Denkmäler die das auch dokumentieren und ich nehme an Sie können mir mehr erzählen welche Denkmäler in Innsbruck haben wir richtig also zum Beispiel an die Synagoge soweit ich weiß und anderes aber erstmals das ist das Interessante wurde in den Zentren der Städte neue zeitgeschichtliche Denkmäler errichtet also in Wien zum Beispiel war es das erste Denkmal nach 1945 in der Dimension natürlich gibt es Gedenkmal dafür nur das kleinere aber das und nicht nur in Österreich Sie kennen vielleicht in Berlin das große Holocaust Denkmal und fast in jedem in jeder europäischen Hauptstadt oder auch in einer Landeshauptstadt wurden seit Ende der 80er Jahre Holocaust Denkmäler errichtet das erste Denkmal war das Denkmal gegen Krieg und Faschismus im bereits erwähnten Gedenkjahr 1988 enthüllt zumindest teilweise stand gleich sofort im Zentrum der Kritik aus mehrfachen Gründen einer der Gründe war eben diese Skulptur des Straßenwaschenden Juden das für die jüdische Gemeinde so quasi das Symbol ihrer Demütigung auch im heutigen österreichischen Gedächtnis war es gibt ein wunderbares Buch von der Ruth Beckermann das sie zu dieser Skulptur geschrieben hat ich gehe jetzt ein bisschen durch die Forst aber wenn irgendwas nicht klar ist oder wenn sie eine Frage haben dann einfach bitte in der Diskussion und eines der ganz wichtigen Marksteine war natürlich die Wehrmachtsausstellung die erste 1995 und die hat eine ganz interessante Geschichte das Hamburger Institut für Sozialforschung wollte er hat im Jahr 1995 zwei große Ausstellungen also zwei Ausstellungen projektiert auch zum Anlass Jahrestag des Jahres 1945 die eine Ausstellung war über das Jahrhunderte Gewalt also eine sehr ambitiöse Ausstellung und ist eigentlich relativ wenig beachtet worden und die Wehrmachtsausstellung war eigentlich nur als kleine Ausstellung gedacht und ist unglaublich eingeschlagen und hat dann quasi eine Wanderschaft durch ich weiß nicht wie viele deutsche und österreichische Städte genommen und in jeder dieser Städte gab es umfangreiches Begleitprogramm Diskussionen Berichterstattung Streitgespräche es gibt einen Film von Ruth Beckermann über die Wehrmachtsausstellung die dieses Klima in dieser Ausstellung auch ganz eindrücklich festhält also wie sich hier die Generationen begegnet sind was wie versucht wurde mit diesem Bildmaterial das eben die Verbrechen der Wehrmacht gezeigt hat das war auch der Titel der Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht aber das was natürlich ganz grundsätzlich durch diese Ausstellung in Frage gestellt wurde war eben das Bild der Wehrmacht als sauber anständig und so weiter nicht in Verbrechen verwickelt was sich nach durch diese Wehrmachtsausstellung auch geändert hat ich kann jetzt nicht auf die erste zweite eingehen es gab Kritik an einigen Fotos die falsch zugeordnet wurden daraufhin wurde die Ausstellung neu gestaltet hat auch angestoßen das muss man sagen eine unglaublich eine neue könnte man sagen Stufe des quellenkritischen Umgangs mit Fotografie denn Sie können sich vorstellen wenn Sie ein Foto in fünf Archiven haben dann haben Sie vielleicht auch fünf verschiedene Zuordnungen zu einem Foto gerade wenn es sich um Fotos aus einer Kriegssituation handelt also hier hat die Quellenkritik jetzt dadurch unglaublich ist ja unglaublich Standards aus dieser Ausstellung entstanden und worauf diese Wehrmachtsausstellung in der langen könnte man sagen in der langfristigen Wirkung auf jeden Fall Einfluss genommen hat ist die Art und Weise wie man nun in der Erinnerungskultur mit den gefallenen Wehrmacht zu Daten umgehen soll das ist ein extrem komplexes Thema auch sehr emotional aufgeladen weil es natürlich bis in die Familiengedächtnisse hineinreicht aber die in den 50er Jahren ganz selbstverständlichen Inschriften Helden der Treue und Helden der Ehre und Verteidiger des Abendlandes waren da natürlich dann nicht mehr möglich übrigens sehen Sie im Haus der Geschichte eines meiner Lieblingsobjekte ist ein Modell eines Kriegedenksmahls in der Obersteiermark das in der ursprünglichen Form eine Inschrift gehabt hat wie ich es überhaupt noch nie gesehen habe und die wurde dann auch entschärft wie es so schön heißt nämlich in der ursprünglichen Fassung ein Modell sehen Sie tatsächlich die Inschrift und Ihr habt doch gesiegt also schon so ein Versuch und man muss sich da natürlich den kalten Krieg mit seinem Systemkonflikt zwischen West und Ost vorstellen der eben diese Vorstellung man hat man war doch auf der richtigen Seite dann zumindest hat in diesem Fall entstehen lassen können also Kriegedenkmäler sind ein ganz 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 heikles Thema und wie gesagt es hat sich hier viel verändert aber viele Subkutaten es gab einige Konflikte aber die meisten Veränderungen sind ganz könnte man sagen unter der Oberfläche von Konflikten und Diskussionen entstanden in vielen Fällen wenn Kriegerdenkmäler verlegt wurden wenn es neue Ortsumfahrungen gegeben hat oder der Fahrplatz neu gestaltet wurde plötzlich ist das Denkmal woanders und plötzlich gibt es eine neue Inschrift also das war eine interessante Frage wie sich hier diese Denkmäler ohne wirklich also es gab sicher viele Diskussionen innerhalb Gemeinderat Fahrgemeinderat und so weiter aber wie sich hier doch im Großen und Ganzen dieser Diskurs der 50er Jahre als nicht mehr also die Helden der Heimat gewissermaßen als nicht mehr tragbar erwiesen hat mit ziemlicher Verspätung ist diese Frage dann auch im zentralen österreichischen Heldendenkmal angekommen das wie ich annehme fast niemand kennt also nicht nur außerhalb Wien sondern auch in Wien war das das unbekannteste Denkmal im Ranking würde ich sagen an vorletzter Stelle das unbekannteste Denkmal ist wahrscheinlich das Denkmal der Republikskröder im Schweizergarten also dieses Denkmal Sie sehen zu rechts das Sie nicht sehen ja es ist nämlich in einem Innenraum kann man spekulieren warum das in einem Innenraum ist ich zeige Ihnen das wie es ausschaut 34 35 als Prestigeprojekt der Ständestadtdiktatur errichtet und und das ist jetzt wieder ganz typisch erst oder erst vielleicht falsch gesagt quasi für die Gefallenen der Wehrmacht durch die Ergänzung der Jahreszahl 1939 bis 1945 im Jahr 1951 gewidmet also wir haben hier wirklich 50er Jahre kaum wie gesagt kaum beachtet in der Diskussion um die Opferdese aber eigentlich die vollkommene Gegenbewegung gegen die Opferdese die Würdigung der Wehrmacht zu Daten auf allen Ebenen auch im österreichischen Heldendenkmal und hier gab es dann eine Neklar die einem vielleicht was sagt vor allem den Vorarlbergern unter ihnen nämlich der Grünabgeordnete Harald Walser hat herausgefunden dass ein Kriegsverbrecher Wallaster und hier schlägt die Vorarlberger Diskussion nach Wien um also das ist schon interessant wie sich regionale lokale Debatten dann auch auswirken können auf gesamtösterreichische hat eben nachgeschaut in den Totengedenkbüchern oder Heldenbüchern wie man das nennen mag wo alle Gefallenen verzeichnet sind und hat gefunden dass Wallaster eben auch in diesem Helden Gedenkbuch verzeichnet ist und nicht der einzige der natürlich einen SS-Sklad hatte und akribisch wie diese Heldenbücher angelegt waren ist natürlich überall der Dienstgrad dabei gestanden jetzt war natürlich große Frage was tun und unter dem damaligen Verteidigungsminister hat man versucht so quasi hier eine Distanz zu diesen Heldenverehrungen von ehemaligen SS-Leuten und überhaupt zur Frage wie geht der österreichische Staat mit den Gefallenen der deutschen Wehrmacht um die sind ja für das Bundesheer nicht traktionsstiftend also hier einen Weg zu gehen der sich aber relativ rasch dadurch geklärt hat dass man einem Gerücht nachgegangen ist dass in dieser Skulptur des Totenkriegers ein Nazi-Pamphlet des Bildhauers aus dem Jahr aus dem Errichtungsjahr verborgen ist und das war dann wirklich der Fall lange Rede kurzer Sinn auch das österreichische Heldendenkmal hat sich mit zeitlicher Verzögerung und mit vielen Geschichten die dranhängen Kranzliederlegung von Burschenschaften am 8. Mai und so weiter können wir vielleicht in die Diskussion eingehen grundlegend geändert als dieser tote Krieger nicht mehr und damit auch das gefallene Gedenken nicht mehr von österreichischem Bundesheer in seine Traditionen aufgenommen wurde übrigens wurde ich glaube 1996 auch die Assistenzleistung für die Erinnerungsfeier am Kärntner Ulrichsberg vom Bundesheer gestoppt also hier sieht man auch auf der Ebene auf der Ebene des Bundesheeres hat sich was getan und es wäre mal interessant zu schauen wie haben sich die Traditionserlöse verändert jetzt mache ich mal ganz lasse ich mal Europa weg Holocaustdenkmal in Wien das Sie vielleicht kennen glaube auch viele sagen aber auch so die neue Erinnerungsformen wie die Stolpersteine die interessant sind weil sie überhaupt keine Pathosformel haben gerade durch ihre bescheidenen und ganz einfache Textierung sind sie gewissermaßen wirkungsmächtig die letzten Denkmäler Denkmal für die Opfer der Deportation am ehemaligen Aspernbahnhof 2017 errichtet über die Gestaltung kann man streiten will ich aber lieber nicht und was hat sich heuer getan Sie wissen dass am Beginn des Jahres die neue ÖVP FPÖ Regierung zwei Denkmalprojekte für Opfer des Nationalsozialismus die schon lange in Debatte waren beschlossen hat nämlich das Namensdenkmal in Wien und das Denkmal in Maledrosti Netz aber es gibt auch so quasi Gegenstrategien und könnte man sagen Reenactments der Geschichtspolitik die die FPÖ eigentlich immer gekennzeichnet hat nämlich den eigenen Opfer Status zu zeigen und das jüngste Denkmal in Wien ist eben das Trümmerfraundenkmal das im September 2018 enthüllt wurde und eben hier das Leid das eigene Leid ganz im Sinne der Gegenthese zur These von Österreich als ersten Opfer des Nationalsozialismus eben die wirkungsmächtige These von die Österreicher als Opfer des Krieges gegen den Nationalsozialismus zu zeigen aber damit will ich natürlich nicht schließen das werden ja auch immer gemessen und zeige Ihnen hier das zentrale Symbol im Haus der Geschichte das allein durch seine Größe das ist das größte Symbol in der Ausstellung über 100 Jahre seit 1918 und Sie sehen hier den Teil wo es um den Umgang mit der österreichischen Geschichte geht vor allem aber nicht nur mit dem Nationalsozialismus im Hintergrund sehen Sie übrigens hinter dem Vorderfuß da ist dieses Modell dieses Kriegerdenkmals mit der Aufschrift und ihr habt doch gesiegt typisch im Heimatstil mit Schindeln und so weiter und dieses berühmte Waldheim-Pferd das eben 1986 von Rüttlitz entworfen wurde und das auf diese das Wort vom Kanzler Sinowatz anspielt dass Waldheim zwar nicht in der NSDHB war sondern sein Pferd entlehnt vom republikanischen Klub der es aufbewahrt hat und das ist ich möchte mit folgendem schließen es ist ganz interessant dass dieses Pferd übrigens eine Replik von diesem Pferd steht im Europäischen Museum in Brüssel eine kleine Miniatur und das Wien Museum hat auch eine Miniatur dass dieses Pferd noch immer unglaublich emotionalisiert ich war mit der Direktorin Monika Sommer in einer Sendung wo man anrufen kann das heißt Punkt 1 und ich glaube 90% der Anrufe gingen um dieses Pferd und zwar Pro und Contra ganz emotional aufgewählt ja insofern ist die Geschichte des österreichischen Gedächtnisses noch nicht tote Geschichte Dankeschön Applaus Vielen Dank.